Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn in diesem Video geht es um die Semiotik. Denn, ja, du bist auf meinem Kanal gelandet, ein YouTube-Kanal, bei dem es um die Wissenschaft der Sprache geht. Sprachwissenschaft oder auch Linguistik genannt. Um wissenschaftlich mit Sprache zu arbeiten, ist es natürlich essentiell, dass man weiß, was Sprache ist. Und ich verrate dir jetzt ein kleines Geheimnis. Keiner weiß, was Sprache genau ist. Viele haben in der Vergangenheit versucht, eine Definition für den Begriff Sprache zu geben. Und es kommen immer weitere dazu. Es gibt bisher aber keine Definition, mit denen alle zufrieden sind. Alle Definitionsversuche haben im Kern aber eine Gemeinsamkeit. Sprache ist aus Zeichen oder Symbolen aufgebaut. Und damit sind nicht nur geschriebene Zeichen wie Buchstaben gemeint, sondern vor allem auch lautliche Zeichen. Das also, was wir sprechen, das, was ich gerade tue und produziere, laute, die zum Beispiel zu Wörtern werden und dann zu Sätzen und dann zu einem Vortrag. Diese sprachlichen Zeichen, die also ein wesentlicher Teil der menschlichen Sprache sind, machen aber nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil von allen Zeichen aus, die man in der Welt findet. Die Wissenschaft aller möglichen Zeichen nennt man Semiotik. Die Linguistik ist also, wenn man das so sagen möchte, ein Teil der Semiotik. Der Begriff Zeichen, der ist seit der Antike sehr wohl definiert und es lohnt sich hier zu beginnen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, was Sprache ist oder sein könnte. Ein Zeichen ist etwas, das für etwas steht. So lautet eine auf Aristoteles zurückgehende Definition. Ein Zeichen hat also eine Stellvertreterfunktion. Du siehst dir gerade dieses Video hier an. Ist das ein Zeichen? Ja, für mich ist das ein Zeichen. Entweder, dass du gezwungen wirst, es dir anzusehen oder du interessierst dich für Linguistik. Ist das Wort Kuh ein Zeichen? Ja, es steht für ein Tier. Ist Ä ein Zeichen? Ja, es steht für eine Frage. Ist das hier ein Zeichen? Ja, das bedeutet wohl, dass mein Fußboden brennt. All das ist der Kernbereich der Semiotik. Die Wissenschaft der Zeichen. Warum also überhaupt noch die Linguistik? Ist die Linguistik nicht völlig überflüssig, wenn es doch schon die Semiotik gibt? Ja, viele sind sich ganz sicher, unser System von sprachlichen Zeichen, das wir zur Kommunikation einsetzen, das ist etwas ganz Besonderes. Vielen Dank.